ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Moin zusammen, es kommt eine neue Folge von Wooden City. Hallo, 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 hallo. Und wir haben jetzt gerade neue Regeln quasi abgemacht. Neue Regeln ist das nicht unbedingt. Ja, einfach so, dass der, der aufnimmt, quasi so ein Vorrecht hat, dass er zum Beispiel sagen kann, der andere soll mich irgendetwas aus dem Laghaus bringen, wenn beide da sind oder so. Ja, aber ich würde da noch meine Enderpelle benutzen. Jo, kann schon. Ich meine, ja einfach, dass der andere quasi so ein bisschen ihm helfen kann, ihn unterstützen. Und auch, dass er mich zum Beispiel sagen kann, dass Brand aufhört, es hat mir stand in Zeit. Wieso hast du noch irgendeinen Effekt darauf, vor der letzten Folge? Keine Ahnung, ich habe irgendeinen... Entferndhasse? Nein. Entferndhasse? Nein, 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 ich hatte keinen Effekt vor der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Irgendwie noch... Das, der hier in meinem Moment hat. Eyestack. Boah, das ist die letzte Folge. Ich weiss nicht wieso. Und eben, dass wir alle fünf Folgen oder so eine Chaos-Folge machen, wo man einfach machen kann, was man will. Einfach, dass man es nicht verändern darf. Oder dass es quasi in der nächsten Folge nicht weitergeht, wie man hier vorlässig war. Oh ja... Uns ist aber online. Oh nein! Oh nein! Du bist ein dummer! Du bist ein dummer! Der Kuh... Er ist mir beschäftigt. Ist der dummer? Nein, von dem haben wir nichts wissen. Wir haben es auch beim Namen, aber jetzt nicht. Der hat uns schon beleidigt. Hat er? Also nein, der hat uns schon das Herz gebrochen. Er hat uns versetzt. So, und ich habe in der vorletzten Folge hier angefangen, ein wenig wegen Planen und so. Und in der letzten Folge habe ich auch kurzfristig gemacht, bevor der Brand kommt, mit seinem Total-Effekt-Couch-Zeug. Hast du etwas dagegen, oder? Nein. Ich meine auch. Ja, dann ist es gut. Ah ja, das, was jetzt gerade im Chat steht, habe ich schon leicht etwas dagegen. Du hast gesagt! Ich habe schon gemeint von der letzten Folge, aber es ist egal. Wenn du schon mal dahin bist, kannst du noch etwas dort mitbringen. Und dann bist du nicht dahin. Aber du nimmst nicht auf. Ah! Ah! Ich will produktiv sein. Nein. Bist du unterwegs jetzt? Ja! Entspaniert! Wieso ist er gepisst schon wieder? Ja, dann stelle alles aus wie ich. Nein, es ist... Es stört mich ja nicht gross. Ja... Es ist natürlich. Aber ich frage noch, wie es gerade vor du aufnimmst hast. Tört! Dört, oder? Ja. Auch... Dreck! Wieviel? Ja, 1, 2, 4, 5 Stacks oder so. Okay. Wir müssen noch ein bisschen füllen. Also, ich mache vorhin mal ganz viele Sticks. Ganz viele Sticks. Ganz viele Sticks. Sonst könntest du vielleicht immer noch Ender-Jazz-Craften. Die ins... Schon easy. Die ins... Ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Du hast den Spur gesehen. Oh, es geht weiter. Nein, es geht weiter. Doch, es geht weiter. Doch, es geht weiter. Dig, ich habe... Ich habe es aufs Band. Also, bei mir ist es einfach gar nicht. Ja, du bist ja lange... Du weißt, du gehst immer schönes Wetter. Du bist so ein Sonny-Boy. Hey, 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 wie kann ich jetzt das... Ich schicke das irgendwie nicht... Was? Die ganze Stacks... Ich muss jetzt schissen. Kontroll, Q... Gut nicht. Du hast auch einen Mech. Und jetzt? Du musst halt Command-Q oder so... Kommand... Nein! Meine Command-Q schliess jetzt Minecraft! Jo... Den weiss ich auch nicht. Wo hast du eine Command-Q? F*** dich! Hehehehe... Tschüss. Java Terminal. Nein, ich muss die Terminal vor Java öffnen, ist halt gut. Ein Crap. Piss dich schnell. Ah, warte, weil die gerade nicht oben ist, kann ich dann auch pennen, weil es gewittert. Das fällt mir gerade so ein. Kannst du das einfach auch deaktivieren, dann stört es die ganze Zuschauer nicht. Doch, jetzt kommen die Monster. Es stört eigentlich nicht gross. Aber es läuft einfach, weil ich es nicht gewohnt zu kommen. Ah, gut. Nein. Und das PC hat einen wunderschönen Texturbug. Und es ist ja 1.8 rausgekommen, aber die Karte ist, glaube ich, etwas zu blöd, um das zu checken. Und darum haben sie noch nicht gemacht, dass wir es selber auf 1.8 stellen können. Und es ist noch sehr verpackt. Also ich finde es jetzt noch nicht so cool. Ja, es ist schon cool, aber es ist nicht klein verpackt. Es geht, ich finde es... Boah, wieso bin ich denn schon gekickt, Andi? Ich habe dich nicht gekickt, ich habe nichts gemacht. Ah, nein. Ich habe echt nichts gemacht, ich habe es auf Band. Ja, aber wieso bist du dann gelachtet? Ich weiss es nicht, ich habe es auf Band. Ich habe nichts gemacht. Kannst du in der Aufnahme schauen. Boah. Sonnen Mist. Sonnen Mist, du. Hast du niemanden, den kannst du verklagen. Also schau mal. Hauptsache es ist noch ein Scheisseffekt. Ich habe... Also schau, hier habe ich einen Stall oder so für Pferde. Und dann kannst du hier noch so einen smooth, unregelmässigen Weg machen. Du darfst das eigentlich dort vorne schiessen, gell? Ist so easy. Boah, mach das bitte. Bitte. Ja, das hast du schon gesagt. Mach das bitte. Du hast es jetzt. Nein, es liegt noch mega viel dort. Boah, das musst du früher sagen. Boah, ist das so? Boah, es ist ja so. Bist du gerne? Es ist ja so. Okay, du darfst bald einen Moment haben. Boah, nein. Du machst jetzt weiter in die Kiste. Ähm. Okay, ich tue sie in die Kiste in dem unnötigen Raum. Okay. Okay. Ähm. M-m-m-m-m-eine. Uh. Eine Hose. Ist doch eine Hose. Ich bin ein Player. Toll. Toll, Toll. Hast du dich heimgestellt? Nein. Ich stecke gerade den Wildtimer. Oh, ich muss dich ein wenig winken in der Zeit. Damit es so aussieht, dass du dich etwas machen willst. Hallo. Hallo. Du weißt mich gar nicht. Au. Du bist da vorne dran. Ich habe dich extra nicht geschlagen. Hallo. Er hat dich im Fall gar nicht geschlagen. Aber du hast trotzdem gerade gekriegt. Ich weiss, du stehst auch noch vom Brustpanzer. Sicher nicht. Doch, natürlich. Doch, doch. Ein 2. Ähm. Jetzt? Jetzt nicht. Wow. Du fliegst schon weg. Okay. Ich mache glaube ich mal einen eissen Brustpanzer. Zack. So. 15 Minuten. So. Okay. Bieten nicht zu schlagen. Bieten, bieten. Ja. Aber ich dich. Danke für den Boost. Bitte, bitte scheiße. Ähm. Autosuppe. Ähm. Autosuppe. Geil. Komm jetzt mal hier an. Ich will dir etwas zeigen. Also. Du kannst dann so einen unregelmässigen Weg machen. Okay. Da habe ich schon etwas anzeigen. Das ist wie ein Pferdestall. Was? Pferdestall hier. Aua. Ja. Dann können wir hier vielleicht noch so kleine Aussenkick vorne dran machen. So. Autosuppe. Ja. So verbunden. Und dann kannst du... Woh! 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 Pah! Hör mal auf deine goldigen Äpfel. Es ist behindert. Jo, ich habe die... Jo, ich habe die... Ich habe die immer... Ja, die sind von der letzten Folge. Schmeißt sie raus. Wird nicht. Man hat gesagt, bei der Chaos-Folk, dass es keine Auswirkungen auf die späteren Folge hat. Ja, ist das ein Chaos-Folk gewesen? Ja, das letzte Folge war ein Chaos-Folk. Aber das haben wir noch nicht so als... Aber das habe ich so nicht. Jetzt wirst du aber das Deck so lange behalten, von deinen OP-Äpfeln bis du nur gesnackt hast, oder was? Jo... Boah, nein! Wieso nicht? Du musst dich dein Inventar klären. Ja, dann mache ich das Gleiche. Dann mache ich das Gleiche. Ich will nicht. Boah, mach sie weg. Es ist scheisse. Ich mache sie nicht weg. Ich mache... Du bist wie eine kleine Skin, weisst du das? Jo... Es ist so lange mir keine PvP mehr, ist doch egal. Jo... Es ist aber cheating. Hm... Und jetzt? Jo... Es ist cheating. Es ist auch wahnsinnig etwas dagegen. Das ist gross. Es ist ja noch nicht so geil, um das zu sagen. Ich kastumiere... Ähm... Schlimmer. Ich bin ein Tollusmetrin. Toll. Hast du wieder keinen Knockback aus was für einem Grund auch immer? Doch, doch. Ich... Ich habe einen Knockback. Boah. Also, was soll ich machen? Also, zuhören sollst du. Dann machen wir hier irgendwelchen Hirnstall oder so, würde ich sagen. Hier. So. Kühnchen. Oder vielleicht hier dahinter müssen wir schauen. Und dann hier oben habe ich gedacht, äh... Äh... Schauf, Kuh und Schweinefarm. Das heisst, wir müssten die Ebene abtragen, auf jeden Fall. Okay. Viel Spass. Viel Spass. Jo... Was soll ich machen? Was ist spannender? Die Ebene abtragen oder Dach bauen? Dach bauen. Okay. Es ist beides gleich langweilig. Ja, ich brauche... Dachbauen ist lustig. Es geht. Es ist auch langweilig. Du kannst schon in der Zeit eben die Ebene abtragen. Und nicht mit Filumen spielen. Geater. Was? Cheater? Jo, wieso kannst du denn so viel Filme schiessen? Mach das einfach weg. Egal wie zu stark. Fick dich! Ich kann nicht mal... Schau, dass es aufhört! Halt deine Schnauze! Halt deine Schnauze! Töte es vor das Eier legt! Fick dich! Ist so. Habe ich eigentlich... Nein, habe ich nicht. Die schöne Story. Böse, böse. Boah! Fick dich. Jo, du hast mich als Cheater beleidigt. Stimmt. Jo, auf jetzt. Ja, nein. Mit dem Bogen rumzuspielen. Und mich abzuschiessen. Und... So und so. Ich wollte ihm eine Story erzählen, die ich dir vorhin erzählt habe. Mit dem behinderten Mungo. Ja, du hast mich als Cheater beleidigt. Vergiss es. Ja, dann erzähl ich aber. Das schau dir nicht. Natürlich. Was war das Grün? Ja, dann kickst du mich. Ja. Ja. Wer hat Aufnahme? Mich oder du? Ist mir das egal, ich kicke dich. Boah. Und wie lange hast du noch vorbeleidigt gewesen? Bist du nicht mehr so eine unnötige Kacke? Dann gib mir keinen Grund dazu. Hm. Weil du kannst nicht lügen, dass gerade aus deinem Bogen jede Menge für viele aus dem gleichen Ding rausgekommen sind. Oh, natürlich. Kannst du nicht lügen? Ja, und jetzt? Wenn du keinen Cheater hast, dann muss es eine Erklärung dafür geben. Kennst du? Rechtsklick. Loslassen. Und loslassen. Und loslassen. Und loslassen. Du legst gerade übelst bei mir ins Gap, sorry. Kennst du Rechtsklick? Kennst du Rechtsklick? Kennst du Rechtsklick und dann nicht richtig ausspannen und dann wieder loslassen? Dann kannst du aber nicht so viel aufs Moll. Sicher? Nein. Sicher? Nein. Du hast es nicht mal richtig gesehen, bist du eigentlich behindert oder so? Es ist auf der Bahn, ich habe es gesehen. Ja, also! Sonst kann ich ihr sagen, was sie davon halten, ob sie das auch nicht kriegen. Du musst ganz kurz ins Gap klicken. Aber dann fliegen sie nicht so weit. Ja, 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 sind sie ja nicht besonders weit. So kriege ich es auch. Ja, also. Ja, aber die kommen nicht bis zur Laterne, warte. Oh, bin ich ja... Ja, habe ich auch nicht. Es ist ja nicht so, dass die ganze Laterne brennt. Ich bin glücklich und bis zu. Ja, du bist halt ein Noob. Bis zu. Schön. Ja? Ja. Aber hör auf, aber hör auf, so scheiss... E-V-R-U-Teils. Nein, es nervt wirklich im Fall. Oh, nicht scheiße. Okay. Aber für mich sieht es einfach so aus, weisst du? Ja, aber solange du das sagst, habe ich einen Grund beleidigt zu sein. Boah. Wenn du immer beleidigt wärst, wenn andere immer so beleidigt wären, wenn irgendjemand sei beleidigt, wie du jeweils dich aufspielst, wenn man dich beleidigt oder kritisiert, dann wäre die ganze Welt... Nur wenn irgendjemand sagt... Ja, ist gut. Spass dich. Es ist so. Nein, es geht mir nur darum, dass wenn jemand Hacker ist, das hasse ich. Das heisst nur, dass die anderen tausendmal schlechter sind. Ich gehe einfach davon aus. Das ist eine Annahme. Das ist eine... Äh... Wie heisst das? Äh... 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 Ich habe es vergessen, egal. Und wenn es nicht so ist, dann musst du einfach das Gegenteil beweisen. Nein, ich muss es gar nicht beweisen. Du musst es nicht... Aber dann musst du nicht so durchgehen. Ja, dann musst du ja nicht noch einen Scheiss-Annahm machen... Und wir wollen jetzt nicht wieder so eine Folge, wie wir schon mal hatten, die scheisse war. Ja, aber du hast es jetzt gerade angefangen. Ja, dann kannst du uns jetzt beenden, dass du... So, dass du nicht weiter... So, dass du nicht weiter... Du... Am Gockeien gehst. Hast du schön gesagt. Du weisst ganz genau, dass das mich aufregt. Ja. Ja, so. Und du machst es trotzdem. Und dann musst du... Und dann musst du... Dann machen wir mal das Thema. Reden wir mal etwas anderes. Zum Beispiel über behinderte Leute, die den Türalarm auslösen. Also... Ich... Bin heute so am Arbeiten, oder? Und dann... Du erkenne doch die Türen, wo es so... Unter der Falz noch ein kleines Kästchen hat. Es ist so ein Alarmgesicht, das musst du wegdrücken. Über... Auf die Seite kannst du den Falz runterdrücken und raus... Du verpissen. Wenn du so überdrückst, gibt es einen Alarm. Und hinten dann in der Garderobe ist so eine Türe, wo das dran hat. Und dann kannst du raus und dann kannst du... auf den Kiosk und so... Und dann hat es natürlich ein grosses Schild bei der Türöffner benutzen. Und dann... Also du drückst halt auf so einen Button und dann geht die Tür auf und kannst du durchlaatschen. Und heute... Wir kommen nachher oben oben runter und einfach... Immer... Einfach der Alarm an. Oder sie... Die ganze Zeit pfeift so. Und da hat einfach irgendein behinderten Mongo... Hat einfach... Anstatt... Tschüss... Den Türöffner benutzt. Bis zur Left ist du. Keine Ahnung. Gekickt worden. Ja genau. Nein. Irgendwie eine schlechte Verbindung. Und... Ah... Um die Tür zu halten. Nein. Nicht? Oh... Das muss mega meis sein. Wie ist das gewesen mit bestem Internet? Okay. Jo... Ich kann besser sind ja nicht als du. Um Längen. Jo... Und wenn sie nicht langsam dort anbauen, dann weiss ich auch nicht. Hm... Schau mal deine Zeit dazu. Video-Upload und meine. Ich weiss. Achso. Aber dann ist gerade jetzt gerade sehr schlecht. Jetzt schau jetzt fast schon wieder Argo-Rage runter. Hm... Ich habe keinen Grund. Ich darf das. Ah... Ah... Nein. Achso. Bei mir ist immer nur noch... Brownscreen. Ah... Du hast einfach nur einen Strichli. Nein. Ich habe voll. Bei mir hast du eins. Ja... Du bist ja komisch. Sicher ruhig. Siehst du? Ich habe besseres Internet. Nein. Doch im Moment schon. Nein. Du weisst ja gar nicht, wie das Internet da ist. Hm... Ich bin mir jetzt so 99% sicher, dass ich Besseres habe. Määä. Ja... Ich habe zu mir ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ob du Besseres hast. Ich habe ein Besseres. Sorry. Sorry wegen Internet, gell? Scheiße. Ich weiss ja, dass ich Besseres habe. So... Und auf jeden Fall... Ist eben einer einfach rausgelatscht. Er hat das Grinnenkästchen auf die Seite drückt. Alarm ausgelöst. Fällt aber dann raus. Wieso? Weil er behindert ist. Ich weiss doch auch nicht wieso. Hobbylos oder extra? Extra darfst du... Ich habe ihn nicht gesehen. Wenn er ihn gesehen hat, würde er nicht mehr leben. Aber... Wieso hat ein Sau-Mais gemacht? Zombies sind dort. Und ja... Bist du eigentlich fertig mit der Feldrunde? Ja... Ich glaube schon. Wie pflanzt sind sie noch nicht? Kann sein wie beim Fernsehen, wenn du nichts zu tun hast. So und jetzt könnten wir ein wenig auf das Thema eingehen und philosophieren. Wieso der behinderte Mongo das VC gemacht hat. Oder man könnte über Feuer-Alarm oder Rüstig-Alarm diskutieren. Und ja... Oder wir können diskutieren wieso ich immer nach links lebe, obwohl ich nicht drücke. Weiss ich auch nicht. Ah ja... Aber wenn ich das jetzt... Das muss ich am Goldigen öffentlich geben. Das tut doch nicht gut so viel aufs Markt. Nein. Doch, doch... Ich bin schon ein bisschen im Rage. Schau, schau, schau wieder. Was läuft? Ähm... Hast du noch... Das Bruce-Word gestern? Das Bruce-Word? Äh... Nicht Bruce-Word, Oakwood. Oh mein Gott. Oakwood. Das hässliche Englisch, das du hast. Oakwood. Das hässliche Englisch, das du hast. Oakwood. Das hässliche Englisch, das du hast. Ich weiss nicht, was du hast. Hast du noch Oakwood? Ich bin Level 10. Die Frage ist, ob du Oakwood hast. 26. Ich bin Level 26. Doch, du. Ich bin Level 26. Ich bin Level 26. Oh ja, du kannst... Ich bin Level 26. Okay, ich kill dich. Wieso? Nein, du gibst mich nicht. Kann ich das auch gut haben? Bitte. Ah, rot. Das ist gut. Das ist gut. Merci. Sehr freundlich von dir. Bitte. Das ist ein Holzhaus. Du hast jetzt Holztrab. Ach nein, du sagst das jetzt so an sich. Ja, es ist jetzt schon genug Häuser abgefackelt. Aua. Was machst du da oben? Ich muss langweilig. Dann gehen die Berge abtragen. Ist langweilig. Ich weiss. Ich habe keine Lust. Darum nimmst du ja auch nicht auf. Ja, es ist trotzdem langweilig. Ich habe schon keine Lust. Und da bin ich wieder dort abtragen. Darum nimmst du ja auch nicht auf. Was, nur mit dieser Schicht da? Ja. Wieso habe ich das heute noch nicht gemacht? Ja, diese Schicht. Ich meine, wir hätten natürlich auch noch ein bisschen Hyperschluf machen können, aber ich habe nichts gefunden. Das ist nicht unbedingt nötig. Ob was? Hyperschluf. Aber du hast ja noch nie das gespielt von Balzener. Ein neues Projekt. Aha. Aber das weiss man schon von Portal. Was ist das eigentlich? Was? Es ist ein Zombie, der dich angreift. Versuchst du, dass du... Nein. Du hast aber den Torner, brauchst du fast nicht mehr. Aber du weisst. Ich weiss. Achtung von hinten. Er hat gerade die Hosen von mir hinten gemuckt. Oh, episches Battle. Jetzt kommt noch eine Spinne. Boah, heftig goldige Nöffel, weisst du. Ja, hast du mir das gerne gegeben? Ja, eigentlich schon. Scheinsrichter. Lass es einfach sein, ich will nicht runtergehen. Oh, fast gerufen. Ich will nicht runtergehen. Ich will nicht runtergehen. Okay. Okay, gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Okay. 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 Zack. Was ist das? Regeneration. Wieso habe ich Regeneration drauf? Weil du dir das gerade gegeben hast. Nein, habe ich nicht. Nein. Das steht nicht im Shadow so. Nein. Lass es einfach sein. Warte bis folg. Übernächst. Aber was ist Effizienz? Wieso habe ich jetzt schnell drauf? Du kannst es schnell anbauen. Ja. Welche Zahl? Irgendwie hat es durchgeklingelt. Ja. Welche Zahl? Ja, Janik. Boah, du bist doch scheiße. Ich finde, wir sollten aufhören. So die Cheaten. Oh, jetzt müssen wir es nicht machen. Während normalen Folgen. Auch mit den goldigen Nöpfeln. Die binde ich ein. In das. Schön. Findest du das schön? Nein. Es ist gut, wenn ich am Arsch vorbei bin. Boah, weisst du. Es ist ja normal. Jetzt müssen wir nicht unbedingt cheaten. Boah. Der Messerschufli ist kaputt gegangen. Jo. Mach da neu. Warte, ich spendiere dir meine. Komm schon. Jo, ich komme da vorne. Du hast ja noch eine. Okay, das reicht. Fang. Boah. Ich bin unten. Okay, ich habe sie gefangen. Ich habe sie gefangen. Ich habe sie von unten. Schön. Von unten, du. Schön hast du das gemacht. Also du bist jetzt auf der anderen Seite vom Haus. Hallo. Hallo. Was? Boah. Junge. Boah. Wieso machst du dir... Lass das einfach sein. Also das ist sie von der Folge. Wieso? Ich gebe Inventorisch noch an. Ja, ich mache es. Ja, ich mache es. Komm, Entapel, ich will es noch weitermachen. Nein. Die Folge ist fertig. Ja. Du musst mal sagen, die Folge darf nicht länger als 20 Minuten gehen. Maximal. Ja, das ist so. Also das ist sie von der Folge. Abonnieren gelöbisch dich hier. Und bis zur nächsten Folge. Boah.